Sie hatten einfach keine Zeit mehr und sie hatten verlernt zu träumen. Oft hörte Tina Sätze wie Ach, Zirkus haben wir zu Hause genug. Oder lerne einen anständigen Beruf, denn so ein Hokus-Pokus braucht kein Mensch. So ein Hokus-Pokus braucht kein Mensch? Oh doch! Habt ihr eine Vorstellung davon, wie die Welt ohne Fantasie, Magie und gute Träume aussieht? Da fasste Tina in den Schuss, sie mit Kindern allerlei gemeinsam als Artisten, Clones und Tänzer in der Menge zu spielen und mit ihr die Fantasie des Zirkus weiterzugeben. Und so allen Menschen zu zeigen, wie wunderbar und einzigartig diese Welt doch ist. Vielen Dank! Applaus Applaus Ich habe doch eben gerade gesagt, dass Musik machen ist hier verboten. Was? Da hinten liegt ein Knoten? So ein Quatsch, da liegt kein Knoten. Verboten, dort verboten, dort verboten, in der ganzen Manege. Was? In der ganzen Mayonnaise? Manege! Und jetzt macht, dass ihr auskommt. Applaus 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 Vielen Dank. 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 Seine Schmerzen bleiben, weil es was nicht zu glauben ist. Doch zwei Leute kennen sich gut aus. Am allernächsten sind sie nur ganz viel. Diese Skunde zerflutzen, ist ja mit dem Punkt der Welt. Ein paar Stunden kurz daran, die ihren Wunsten nicht verschreit. Diese Skunde zerflutzen, ist ja mit dem Punkt der Welt. Ein paar Stunden kurz daran, die ihren Wunsten nicht verschreit. Diese Skunde zerflutzen, ist ja mit dem Punkt der Welt. Die ganze Zeit! 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 Es war immer ein Mädchen namens Tina. Tina liebte im Zirkus und reiste jede Woche mit vielen Artisten, Cluns und Tieren von Ort zu Ort. Doch Tina war sehr traurig, denn es kamen immer weniger Menschen zu ihnen die Vorstellung. Sie hatten einfach keine Zeit mehr und sie hatten verlernt zu träumen. Oft hörte Tina Sätze wie, ach Zirkus haben wir zu Hause genug. Oder lerne einen anständigen Beruf, denn so ein Hokus-Pokus braucht kein Mensch. So ein Hokus-Pokus braucht kein Mensch? Oh doch! Habt ihr eine Vorstellung davon, wie die Welt ohne Fantasie, Magie und bunte Träume aussieht? Da fasste Tina in den Schuss. Sie mit Kindern erinnert gemeinsam als Artisten, Klang und Tänzer, in der manche zu spielen und mit ihr die Fantasie des Timos weiterzuladen. Und so ein Mensch zu zeigen, wie ungerbar und einzigartig. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Applaus 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 Tina, das war ja alles sooo toll! Ja, ich glaube, du bist ein wenig blöd von dem ganzen Service-Traum, oder? Ja, ein bisschen, aber ich möchte das noch so viel mehr erleben! Jessie, du möchtest noch so viel mehr erleben? Das kannst du auch nach einer Pause! Ich mache an dieser Stelle nur eine Pause von ca. 15 Minuten. Vor dem Eingangsbereich gibt es Popcorn-Zuckerwatte, erfrischend zu drücken, slash heiße Nachschluss. Applaus 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.